Der fünfte Platz, ebenfalls aus Deutschland. Wir bitten nach vorne, VFR Mannheim 2. Und vierter Platz, direkt davor, VFR Mannheim 1. Wir kommen zur Auswertung des besten Torschützen der U15-Junior. Der kommt aus Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Kai Kefens von VFR Mannheim. VFR Mannheim! Bester Torwart in der Kategorie der U15-Junior. Ebenfalls aus Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Julius Nastala vom FC Passat 2. VFR Mannheim! VFR Mannheim! VFR Mannheim! VFR Mannheim! VFR Mannheim! VFR Mannheim! Der kam aus Kroatien. Musste allein schon abweisen. Der dritte Platz gegen einen Enken von Jan. Der zweite ist, er hat einen Vodner, weil sie ihren Pferd verabschieden haben. Der zweite ist, er hat einen Nogometrik von Uljani. Der zweite ist, er hat einen Nogometrik von Uljani.